In der Vektorrechnung möchten wir häufig Vektoren auf eine bestimmte Länge bringen, ohne dass wir dabei die Richtung oder Orientierung des Vektors verändern. Also zum Beispiel hier rechts, der Vektor v hat die Länge 3 und wir wollen einen Vektor v 0 haben, der hat die gleiche Richtung und Orientierung wie v, aber nur Länge 1. Und jetzt haben wir vorher schon gesehen, dass uns dabei die Multiplikation mit einem passenden Skalar helfen kann, wenn wir nämlich die Komponenten von v jeweils durch 3 dividieren, dann wird auch die Länge von v durch 3 dividiert. Oder anders ausgedrückt, v mal dem Skalar ein Drittel ergibt den gesuchten Vektor v 0. Und diesen Vektor v 0, der die gleiche Orientierung und die gleiche Richtung wie der Vektor v hat, aber Länge 1, den nennen wir den Einheitsvektor von v. Schauen wir uns ein konkretes Zahlenbeispiel dazu an. Hier unten hat der Vektor v die Komponenten 4 und minus 3 und die Aufgabenstellung ist, einen Vektor v zu finden, der die gleiche Richtung und Orientierung hat, aber Länge 9. Wir können diese Aufgabe in zwei Schritten lösen. Zuerst bringen wir den Vektor v auf Länge 1 und dann multiplizieren wir mit 9, um ihn auf die Länge 9 zu bekommen. Rechnen wir uns dazu mal aus, wie lang der Vektor v eigentlich ist. Der Betrag von v ist mit dem Satz von Pythagoras gleich die Wurzel aus 4 Quadrat, also 16 plus 3 Quadrat ist 9, das ist die Wurzel aus 25, also 5. Der Vektor v hat also die Länge 5 und wenn wir v0, also den Einheitsvektor von v haben wollen, dann müssen wir die Komponenten von v durch 5 dividieren, also 4 Fünftel und minus 3 Fünftel ist der Einheitsvektor von v, der hat Länge 1. Der gesuchte Vektor v soll aber Länge 9 haben, das heißt wir müssen den Einheitsvektor v0 noch um den Faktor 9 strecken, also v0 mal 9 und damit erhalten wir die Komponenten 36 Fünftel und minus 27 Fünftel oder als Dezimalzahl 7,2 und minus 5,4 und dieser Vektor v hat die gleiche Richtung und Orientierung wie v aber Länge 9.